Ihr benötigt einen Buggy. Ich habe den Dingo Racing genommen für 25.000 Credits. Als nächstes geht ihr auf Upgrades und Tuning. Tuning-Einstellungen finden. Ich habe die Tuning-Einstellung von LA9 genommen. Ihr könnt auch eine andere Einstellung nehmen, Hauptsache C600. Herausforderung, 20 Sekunden Restzeit. Geradeaus seht ihr in den Start. Ihr stellt euch ein bisschen höher, dass ihr die Leitplanken kaputt fahrt. Fahrt dann geradeaus den Berg direkt runter. Richtung Straße. Und hinter der Straße kommt jetzt gleich eine Brücke. Über die fahren wir drüber. Und hinter der Brücke ziehen wir dann direkt nach links rüber. Und bremst jetzt aber vorher nochmal ab. Nicht Vollgas die ganze Zeit geben. Hier bremst ihr ab, dass ihr nicht mit Vollschwung reingeht. So, hier seht ihr solche Steine. Dort fahren wir dann dran vorbei. Der liegende Stein hier. Und da seht ihr wieder den nächsten liegenden Stein. Das ist euer Anhaltspunkt. Da fahrt ihr dann rauf. Zieht rüber. Wir haben 32 Sekunden. So, 20 ist das Ziel. Und zack, erledigt. Dann hat er 48 Sekunden. Jetzt ist es kein Zettung.